Warum hat Allah die Menschen erschaffen, wenn er sowieso ihr Schicksal schon bestimmt hat? Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Eine Frage, hat Allah gesagt, dass er die Menschen braucht oder nur damit sie ihm dienen? Braucht Allah die Menschen? Hat er das gesagt? Er braucht sie nicht. Aber was hat er bestimmt, dass sie ihm dienen? Was bedeutet dienen? Allah a.s.w. sagt das. Hier in dieser Ayah sagt Allah uns, was er von uns will, subhanahu wa ta'ala. Allah ist es, der die sieben Himmeln erschaffen hat und unter ihnen dieselbe Anzahl an Erden. Warum? Damit ihr wisst, dass Allah über alles die Macht hat. Was sollen wir wissen über Allah, dass er über alles die Macht hat? Und dass sein Wissen alles umfasst. Das will Allah von uns. Dass wir ihn erkennen, einzig und alleine anbeten, nichts außer ihm rufen, subhanahu wa ta'ala, dass wir ihm gehorsam sind, dass wir seinem gesamten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erfolgen. Und dann bekommen wir das Paradies oder das Höllenfeuer, je nachdem wie wir gelebt haben. Aber Allah a.s.w. hat uns ja nicht gleich so erschaffen, so nach dem Motto, der kommt sofort ins Paradies. Sondern was beweist, dass wir das Paradies bekommen? Oder was beweist, dass wir das Höllenfeuer bekommen? Unsere Taten. Udukhulul Jannah bimakuntum. Taqmalun. Betretet das Paradies für das, was ihr getan habt. Weil manche wollen das so dahin stellen, oh die armen Menschen, die können ja nichts dafür. Aber können sie was dafür? Allah lässt keinen Kafir in das Höllenfeuer eingehen, außer dass der Kafir zugibt, dass er das Höllenfeuer verdient. Alam ya'tikum nazir. Allah lässt über die Rusul, über die Engel, Höllenbewächter fragen, wenn die Kuffar in das Höllenfeuer hereingehen. Alam ya'tikum nazir. Was bedeutet das? Ist zu euch kein Warner gekommen. Was sagen sie? Nein? Qalu bala. Sie sagen doch. Allah lässt keinen Kafir in das Höllenfeuer hereingehen, außer dass dieser weiß, dass er es verdient. Allah sagt, fa'a'tarafu bi, fa'a'tarafu bi, dhem bihin. So haben sie ihre Sünden zugegeben. Fasuhqan li ashabi sa'id. Darum weit weg mit den Leuten des Höllenfeuels. Nachdem sie was? Es selber zugegeben haben. Allah ist nicht ungerecht gegenüber der Menschheit. Sie sind aber ungerecht gegenüber sich selber. Und Allah kann bestimmt, was er will. Wenn er uns zu Tieren hätte machen wollen, hätte er es getan. Wenn er uns zu Menschen macht, macht er uns zu Menschen. Wenn er uns zu Jinn macht, macht er uns zu Jinn. Wenn er uns zu Engeln macht, macht er uns zu Engeln. Wenn er uns zu Jinn macht, macht er uns zu Jinn. Das ist die letzten zwei Fragen. Insha'Allah.